nicht geil wahrscheinlich wirft mich diese Aufnahme von Ticket jetzt um Jahre zurück im Game aber ich will ja jetzt nicht ja es war jetzt schon für mich finde ich zu viel dass jetzt am Wochenende keine Videos kommen also es haben einfach vier Videos ausgesetzt ich war auch dumm weil normalerweise habe ich immer vorproduziert aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen also in letzter Zeit ist es ein bisschen verplant bei mir weil normalerweise finde ich das nicht gut wenn ich dann der ich habe da einen festen Plan und wenn ich den nicht einhalte oder wenigstens Ersatz habe ich hatte ja nicht mal ein Ersatz Video mir nur richtig angekotzt jetzt geht es wieder weiter wie gewohnt oh man oi 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 pfuh was mache ich denn jetzt ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren ich sehe einfach nur die ganze Zeit das Spiel vor meinen Augen genau ich weiß was ich noch machen wollte wir hatten noch da so eine schöne Säge komm her so so war das so machen wir mal gerade alles so das sind die ganz dünnen die kommen jetzt da hinten hin so so ha fällte ich auf perfekt meister der verkleidung welches level haben wir eigentlich mittlerweile 26 leute es fehlt immer viel bald haben wir es vielleicht ja soll ich ja ich weiß nicht ob ich kurz auf Erkundungstug gehen soll nach Kühen wir sind schon in die Richtung und in die Richtung gelaufen da unten vielleicht immer noch Kühe rumstehen wir sind auf der Moment mal kurz äh M Minimale Service Options Enter Entities Radar Entities ja ok schon besser viel besser viel besser sehen wir jetzt wenigstens dass hier irgendwas rumläuft tut obwohl ich nicht genau ah komm her stirb ich schätze mal dass es alles kühle sind ja ich hoffe mal dass es alles kühle sind und der Radar wird mich wahrscheinlich total verwirren aber egal so 3 das ist Nummer 1 ein Rick all oben haben wir auch noch 2 das ist ja top da stopp ey hab keine Ahnung wie lange ich jetzt aufnehme gucken vielleicht mache ich ja eine Doppelaufnahme von 2 Folgen was eigentlich aber unnötig ist so mal gucken mal gucken mal gucken los tropp leder ich das Gesicht hauen Schlager Mensch Junge also wir brauchen da 2 mindestens und dann brauchen wir noch 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 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 wirklich sehr komisch und die Musik ist grad echt sowas von laut Hi Du musst jetzt mindestens 200 Leder trocken weißt du das? Nee das waren keine 200 Wir haben 2 Leder noch dort Also da haben wir jetzt Jo Wir brauchen also insgesamt 9 also wir brauchen noch 2 Leder Sehr gut Oh wieso trocken Schafe kein Leder? Ich finde das verarscht das ist doch voll rassistisch gegenüber den Schafen Nur weil sie weiß sind dürfen sie einfach kein Leder trocken Fällt auch grad auf dass sie hier einfach nur weiße Schafen sind Ich freu rassistisch Sooo Leute Mach's los Mensch Baum lass mich durch Los Eieieiei Jör mal diese dicken Türsteherbäume Was gibt's denn? Immer gleich schon mit denen Hallo Kühe Hallo ETF Wo are you sion? Boah was denn hier? Alter die komplette Map ist so weiß WTF What's going on here? Ich will Kühe Mensch was ist das für eine Minimap? Eieieiei Ich würde mal sagen Just zu viel zu viele Schafe Alter Oh Alter Decay Oh Hi Blieb stehen Sehr geil Let's go back Back to the hood Let's go back Let's go back Und ich hole dich auch noch mit Und ich auch Seriously Ernst Jetzt wo ich auf dem Weg zurück bin kommen hier 10.000 Milliarden Millionen Peepskühe Ich krieg der Herbert Ich krieg der Herbert Boah die Musik ist so laut Und wenn ich's leise mache Verstört ihr wieder keine Musik Aber wir sind ja auch kein Musik channel Aber trotzdem Musik ist immer gut Es untermalt Manche epische Stellen einfach noch besser Und da meine Let's Plays immer und vollkommen episch sind Brauchen die halt immer epische Musik Ist ja logisch Klärt sich ja von selten So Elf Leather haben wir Das ist sehr geil Und jetzt mach ich diesen Scheiß Radar nochmal aus Ich frage den Das ist sehr geil und der auch und war schloss dahinter war schloss da 6 6 die o oh manche manche wird mich schön behindert so den nons so sehr geil und die Erdskerze ja ja and the best so wie du es jetzt nicht level 30 danke jo leute wir haben es geschafft und damit beendet noch mal die aufnahme und alles sieht sie gibt es aber die genialen menschen auf der welt toll wir sind verpflichtet so schützend sind die zirken nächsten mal